Die Verbindung zwischen Auto und Fahrer ist für Mazda sehr wichtig. Sie ist inspiriert von der japanischen Philosophie des Jinba Itai, der Einheit zwischen Pferd und Reiter. Jeder Aspekt des Fahrzeugs ist so konzipiert, dass er sich im Einklang mit den menschlichen Empfindungen verhält. Der Fahrer spürt jede Bewegung des Fahrzeugs und kann es intuitiv bedienen. Eine harmonische Verbindung zwischen Auto und Fahrer hängt wesentlich von einer natürlichen Sitzposition und einer ausgewogenen Fahrdynamik ab. Das Advanced Driver Assistance System des Mazda C60 hilft dem Fahrer, seine optimale Sitzposition zu finden. Es nutzt eine Kamera, um die Position der Augen zu erkennen. Anschließend bittet es den Fahrer, seine Körpergröße anzugeben. Basierend auf diesen Daten stellt das Fahrerassistenzsystem automatisch die Positionen von Außenspiegel, Sitz und Lenkrad ein. Wenn derselbe Fahrer erneut auf dem Fahrersitz Platz nimmt, erkennt das Fahrzeug sein Gesicht. Daraufhin stellt es die vorherigen Spiegel-, Sitz- und Lenkradpositionen wieder her. Audiosystem und Klimaanlage werden ebenfalls den Präferenzen des Fahrers angepasst. Das neue 8-Gang-Automatikgetriebe des Mazda C60 trägt ebenfalls zu einer natürlichen Sitzposition bei. Anstelle eines konventionellen Drehmomentwandlers verwendet es eine Mehrscheibenkupplung. Dadurch ist dieses Getriebe ungewöhnlich kompakt. Das wiederum ermöglicht es, die Pedale zentral vor dem Fahrer zu positionieren. Das neue Getriebe trägt auch zur Verbesserung der Fahrdynamik bei. Dank der Mehrscheibenkupplung reagiert es stets prompt und gleichmäßig auf die Pedalbetätigung des Fahrers. Der MX5 und der CX60 haben sehr unterschiedliche Karosserien, doch unter dem Blech ähneln sie sich. Beide Modelle profitieren von einer Heckantriebsbasierten Architektur mit einem längst eingebauten Motor und einer nahezu idealen Gewichtsverteilung. Dank dieser Anordnung können schwere Komponenten nahe am Fahrzeugschwerpunkt platziert werden. Das reduziert die Massenträgheit und erhöht die Fahrdynamik. Das natürliche Fahrgefühl des MX5 und des CX60 wird durch die Kinematic Post Shock Control weiter optimiert. Beim Durchfahren einer Kurve beginnt die Karosserie bei jedem Fahrzeug nach außen zu wanken. Dadurch verringert sich die Bodenhaftung und die Kurvenstabilität. Kinematic Post Shock Control bremst gezielt das kurveninnere Hinterrad ein. Dieser kurze Impuls reduziert die Wankbewegung der Karosserie, erhöht die Kurvenstabilität und erzeugt ein sicheres Fahrgefühl. Jinba Itai ist das Herzstück von Mazdas Design und Technik und wir werden auch in Zukunft Fahrzeuge entwickeln, die agil und reaktionsschnell sind und beim Fahren begeistern.